Hi Leute, hier ist wieder Harvey und heute zeige ich euch, wie man sich gut aufwärmt. Als erstes brauchen wir mal ein paar Hütchen und ein paar Eimer. Und schon haben wir ein Parcours und wir fangen an mit Joggen. Und das war es schon, jetzt hüpfen. Und jetzt ein bisschen Joggen mit Armkreisen. Das war das Häschen, jetzt kommt der Frosch. Für die nächste Übung brauche ich von Papa eine Bierkiste. Beide Füße zusammen. Jetzt einfach noch ein bisschen Seil springen. Und jetzt seid ihr dran. Tschüss. Und jetzt geht's.